Hallo zusammen, ich hier ist wieder heute Land, hoffi wieder für euch in Dragonflight NWX und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute geht es nicht um einen Guide oder ein Opening, sondern um eine Ankündigung von Blizzard und zwar geht es da um neue Twitch Drops, die jetzt mit dem Release von The War Within kommen und ich will euch mal zeigen, was es für Belohnungen gibt bzw. was man auch für diese Belohnungen machen muss. Als allererstes gibt es ein schickes Mount zu holen und zwar ein ehemaliges TCG Mount, also eins vom Kartenspiel und zwar ist das das geisterhafte Streitross. So wie mir gesagt wurde, ist das eins der teureren gewesen. Ich habe die vor einer relativ langen Zeit mir alle schon geholt, also ich bin da gar nicht mehr so im Bilde. Ihr seht, das ist ein bisschen älteres Model, sieht aber dennoch ganz cool aus und dieses Geisterross kann tatsächlich auch fliegen, also es ist auch ein Flugmount. Genau, das ist das erste, was ihr kriegen könnt und zwar holen wir uns jetzt da mal den WoW-Head-Artikel her. Dieses Streitross könnt ihr ab dem 26. August kriegen, das ist quasi der normale Release von The War Within, also nicht das Vorbesteller gedöhnt, sondern der normale Release und ja, das geht vom 26. bis einschließlich 19. September. Also ihr habt dann doch eine geraume Zeit, fast einen Monat Zeit, um quasi auf Twitch ein bisschen zuzuschauen, denn ihr müsst zum einen euren Twitch-Account mit eurem Battle.net-Account verbunden haben, wie bei den Drops, die wir schon in der Vergangenheit hatten und was ihr dann natürlich auch noch machen müsst, ihr müsst vier Stunden einen WoW-Stream gucken und diesmal ist es wirklich so, ihr könnt irgendeinen WoW-Stream gucken, er muss nicht irgendein Ausgewählter sein, sondern es sind wirklich alle WoW-Streams. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, auch gerne bei mir reinschauen, ich bin natürlich auch dann The War Within am Streaming. Das ist die erste Belohnung, dafür müsst ihr nur zuschauen. Es gibt noch eine zweite Belohnung und zwar ist das ein Pet und da haben wir nämlich hier diese schicke Eule, die schimpft sich einmal Wächterin der Jägerin und diese kriegt ihr nicht übers Zuschauen, sondern dafür müsst ihr auf Twitch quasi Subs einsetzen und so wie ich das gesehen habe, ist der Zeitraum hier tatsächlich ein bisschen anderer. Wir haben auch wieder den 26. August und hier ist es bis zum 26. September, also hier ist es tatsächlich genau ein Monat, wie das läuft. Hier gibt es noch ein paar weitere Infos. Hier ist es so, dass ihr natürlich einen Twitch-Account braucht, dann müssen wir auch wieder einen WoW-Channel quasi anschauen auf Twitch. Das kann auch jeder sein. Bei dem letzten Mal, wo man subscriben konnte, hat Blizzard da ein paar Streamer ausgewählt. Also da waren es bestimmte, das letzte Mal war ich da tatsächlich auch nicht dabei. Diesmal kann es jeder sein. Also ihr könnt, wenn ihr das nicht woanders machen wollt, auch gerne die Subs bei mir da lassen. Da sage ich natürlich nicht nein. Und das dürfen aber, so wie ich das jetzt hier in den Q&As gelesen hatte, keine Subs mit Amazon Prime sein, sondern dementsprechend müssen das normale bezahlte Subs sein. Ich glaube, der Tier, wie ich das gelesen habe, ist tatsächlich auch egal. Einfach zwei Standard-Subs. Die müssen aber während des Zeitraums sein. Die dürfen nicht vorher und auch nicht danach rausgehauen worden sein. Und wichtig ist, wenn ihr die aktiviert habt, dann kriegt ihr nicht automatisch eure Belohnung, wenn ihr hier wie bei dem Mount quasi Twitch mit WoW verbunden habt, sondern komischerweise kriegt ihr einen Code. Diesen Code müsst ihr dann wieder auf einer Blizzard-Seite einsetzen. Und dann, wenn ihr diesen Code quasi auf eurer Seite eingesetzt habt, solltet ihr euer Pad kriegen. Ich verstehe jetzt nicht, warum das bei dem einen klappt über Zuschauen und Verknüpfen und beim anderen ein Code ist, aber gut, es wird schon seine Gründe haben, warum Blizzard das tatsächlich so macht. Diese Codes verfallen übrigens, und zwar am 31.10.2024. Expire. Also heißt, verfallen diese Codes. Ihr solltet die vorher einsetzen, aber ich denke mal, die meisten Leute werden die eh einsetzen. Die darf man übrigens auch nicht verkaufen und anderen Schabernacken mit denen machen, also ihr solltet dann gucken, dass ihr wirklich das auf eurem Account sofort einsetzt. Genau, das sind die zwei Belohnungen, die ihr kriegen könnt. Einmal ein Mount und ein Pad. Und ja, das war es eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Viel Spaß dann mit The Warwolf Inn. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne bei mir im Stream vorbeischauen. Eitelar, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.